Herzlich willkommen ihr Kniften zu einem weiteren Part von Stardew Valley und ich habe einen kleinen Co-Moderator. Hallo, Co-Moderator? Check, check. Hallo, hallo, ich bin der Co-Moderator. Achso, ich spiele das ja gar nicht mit Maus und Tastatur. Wo ist mein Gamepad? Ich spiele das mit Gamepad, das ist nämlich total entspannend, weißt du, weil das ist richtig gut ausgelegt dafür. Die Hand sozusagen. Für die Hand ist das super. Super. Mein Problem ist, dass ich mit Money gerade ein bisschen schwach bin in dem Game. Ah, ich sehe es. Ja, siehst du, 15, ne? Weil ich habe totale Schade... Du hast nicht mal genug Geld, um dich zu shaven, Junge. Ey, komm, sieht doch geil aus, der Typ. Guck mal, das ist Wilson! Achso, Wilson. Ich dachte, das ist Hipster-Farmer. Das ist Hipster-Farmer, ja. Im Pro-Berliner Kleingarten, Digga. Ich habe hier diese Dings gebaut, diese Sprengleranlagen. Und das Problem ist, dass ich jetzt kein Geld mehr habe für Saat. Ich muss irgendwas verkaufen und ich muss auch mal gucken. Bei der Rolle, Zwergenschrift. Gunther kann dir darüber mehr erzählen. Ich weiß nicht, wer Gunther ist. Ich weiß echt nicht, wo ich den Penner finde. Ach ja, oben hatte ich noch. Eisenbahn. Das sind unsere Tool-Tipps, wenn du Sachen anklickst. Ja, hier. Ich konnte eben nichts von Gunther sehen. Ach, da. Und Gunther hier, da. Gunther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du es an das Museum spendest. Ja, dann musst du Gunther erstmal finden. Bei Live, wie ist die Übertragung? 2500, beste Qualität. Kannst du alles sehen? Ja, ich sehe alles. Also ich habe zwischendurch mal ein paar Quickies in deiner Stimme, aber sonst... Ja, das liegt am Upload. Wir versuchen jetzt mal Gunther zu finden. Aber hier nehme ich nochmal die Pflanze mit. Das Spiel ist echt nice, ne? Guck mal, das ist so voll Secret of Mana. Wie die Bäume aussehen. Übel Secret of Mana. Auch ein bisschen Harvest Moonig auf dem DS. Ja, auf dem DS habe ich es, glaube ich, nicht gespielt. Ich habe Harvest Moon nur auf der, ähm... Alter, ein Bus. Das ist ja voll krass. Ja, das ist ein bisschen zögert. Pam braucht einen Quarz. Ja, das ist nur, falls jetzt was Schlimmes passiert, dass das sofort von Steam rausgeschnitten werden kann. Ja, aber genau so ist das. Damit meine junge Seele nicht verletzt wird. Pam braucht einen Quarz. Ich muss nochmal zurücklaufen. Ob ich einen Quarz habe. Es ist auch nicht alles mit dem Deutschpatch abgedeckt. Also so Videosequenzen sind zum Beispiel noch auf Englisch. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist halt ein Fanprojekt gewesen. Ja, das nicht mehr. Und es funktioniert richtig gut, weil die Entwickler kommen nicht hinterher mit der Lokalisierung. Guck mal hier rein. Aber ich, ähm, bin wirklich begeistert von dem Spiel. Quarz, 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 Quarz. Was haben wir hier? Ich hab keinen Quarz. Boah, da kriege ich gerade wieder richtig Bock, meinen RPG-Maker rauszuholen. Ja, ne? So was, so was, äh... Ich denke auch, mit so was wurde das programmiert. Ja, ne, ich hab den RPG-Maker genau auf der Basis. Also. Super hinter der Basis. Auf jeden Fall sehr stark danach aus. Ja, genau. So. Mal gucken. So wie Vampire Storm damals, wer das noch kennt. Ne, und das ist echt geil. Guck mal, hier hab ich ein Lagerfeuer. Hier hab ich schon alles im Großen und Ganzen weggeräumt. Hier vorne, da kannst du mal sehen... Also, du siehst das ja gleich alles ein bisschen verzögern. Ja. Wie hier so die Sachen... Fünf Erz, was schleppst du da rum? Drei Nuggets, oder was? Ja, leider nur drei. Ich hack jetzt mal am Baum ab. Nur mal für dich. Der Sichel. Ne, gleich kommt die Axt. Das ist, wie gesagt... Ja, ist schon effizient. Das ist schon nicht schlecht. Also, alles wegsnatcht. Ja. Können auch wilde Pokémon erscheinen im hohen Gras. Das ist witzig. Das hab ich in irgendeinem Video gesagt. Weil ich da auch durchs hohe Gras gelaufen bin. Aber wir suchen jetzt Gunther. Wo ist Gunther? Wir können mal die Karte aufrufen. Baumsaft. Mein Lieblingssaft. Es könnte ja auch sein, dass Gunther... bei der Abenteuer-Gilde ist. Aber die ist erst ab 2 Uhr besetzt. Wo könnte sonst Gunther sein? Schmied definitiv... In der Stadt vielleicht. Mit einem Museum. Also, ne? Ja, aber es gibt... Ich hab kein Museum bis jetzt gefunden. Oh, du warst schon unterwegs. Ja, ja. Leas Landhaus. Da ist der Turm des... Hier ist... Der Jar Jar Markt. Hinterland. Bushaltestelle. Hier oben ist ein... Willow Lane. Hier oben ist Fragezeichen. Aber ich glaube, da war ich schon. Vielleicht... Ist das die Karte? Wird die noch größer? Weiß ich nicht. Das ist da oben. Ist bestimmt ein Museum. Ne, Bahnhof. Mit Bergbahn. Ja, irgendwie sowas, ne? Die da reinfährt. Ich weiß es nicht. Hier ist die Mine, wo ich reingehen kann. Ah, das ist ein bisschen doof hier mit... mit... äh... Sticks. Aber... Ne, wie gesagt. Das ist Marktplatz, Dorf, Schenke, Wohnwagen, River Road, irgendwas. Pierce. Warte mal, da mach ich mal mit Dings. Hier wird gar nichts angezeigt. Da ist der Bus. Warte mal, vielleicht geh ich auch einfach zur Bushaltestelle und fahr mal ins Hinterland. Vielleicht komm ich dann zum Museum. Geh hin. Mal ausprobieren. Gönn dir. Hast du bestimmt eine Monatskarte. Äh, der fährt nicht. Warte mal. Der Bus in die... ist defekt. Na toll. Was passiert, wenn ich die Straße hier langlaufe? Habe ich auch noch nicht gemacht. Oh, unsichtbare Wand. Jetzt ist der Spielspaß geschmälert. Hm, kacke. Ne, ich weiß nicht, wo ich diesen Gunther finde. Weil dann würde ich mal ein bisschen was über die Quarze erfahren. Ähm, und irgendwie weiß ich noch nicht, wie man ein Eisenerz abbaut. Das geht nämlich nicht. Boah, hast du erst mal eine Beere gekriegt. Ja, halte ich fest. Vielleicht noch eine. Ach, Timbeere. Diese Verzögerung ist so gemein. Du weißt immer schon, was für schöne Sachen passieren. Oh. Das war jetzt aber nicht so eine harte Verzögerung. Was, die zweite Beere? Weil er hat jetzt erst die zweite Beere, eben gerade erst. Okay, pass auf. Jetzt die dritte. Erzähl mal. Kann ich gar nicht. Das dauert so lange. So weit kann ich gar nicht erzählen. Ne, dann gehen wir mal da hoch. Alter. Jetzt hat er erst die dritte. Jetzt gehen wir mal da hinten hoch, wo du gesagt hast, das könnte so ein Bahnhof sein. Huch, da ist einfach eine runtergefallen. Die nehme ich natürlich auch mit. Und guck dir das an. Ach so, ja. Kannst du noch nicht sehen. Railroad. Da komme ich nicht hin. Da ist irgendwas. Da muss ich wahrscheinlich... Beere gerade runtergefallen. Ist ja verrückt. Das brauche ich nochmal für die Kupfererzerkohle. Die Wand hier, ne? Die sieht schon so aus, als ob man die zerstören kann. Ja, ich muss... Beim Crafting habe ich es gerade angemacht. Ich muss wahrscheinlich mal hier so eine kleine Bombe. Die Explosionsradie ist noch recht klein. Bitte zurücktreten. Muss ich mal ausprobieren. Ein Kupfererz noch. Ein Kupfererz. Also doch mal zur Mine hin. Ach scheiße, dann muss ich hier runter. So langsam habe ich auch die Karte im Kopf, weil die war anfangs für mich sehr... Also es hat so viele Schleichwege. Das ist so ganz komisch. Oder heißt du hier Gunther? Das ist Linus. Ich bin Gunther. Ne, das ist Linus. Linus heißt der. Und hier hinten, ich bleib da jetzt gerade mal stehen. Beim Wasser, da gibt es auch so Stellen. Alter, da ist eine Evox-Statio gewesen. Ja, die... Ich weiß auch noch nicht, was man mit den Statuen machen kann. Sonst würde ich sagen... Nochmal runter in die Mine. Ne, doch. Erstmal runter in die Mine und nochmal versuchen, Dings zu besorgen. Ähm... Kupferroni. So, ich kann schon auf Ebene 10. Okay, hier war gerade deine Entscheidung in die Mine. Ja, ist eigentlich ein ganz cooles Feature, was Steam da anbietet. Was? Dieses mit dem Gucken? Ja. Ja, ist geil, ne? Kann man auch mal schnell zeigen, ob ein Spiel geil ist oder nicht. Wenn ein paar Infantilts dabei sind. Hier, das weiß ich nicht, wie man das abbaut. Oh, oh, oh. Fuck. Okay, kurz bevor du schon Trouble bekommen hast. Fein, konntest du nicht abbauen. Ja. Wenn du das mal für mich... Ah, da unten, dieses Eisen. Ja, wenn du das mal für mich ergoogeln könntest, das wäre total freundlich. Ja, dafür bin ich doch da. Der nette Co-Moderator. Das wäre echt mal geil, wenn ich mal wüsste, wie ich die Scheiße abbaue. Weil es geht einfach nicht. Da muss ich es gießen. Wollte doch ein leichtes sein. Ja. Eisenerz abbauen. Das ist meine große Frage, wie das funktioniert. Äh, ähm... Dann... Da, du, Vally. Ich bin mit kleinen Bomben. Mutmaße, ich meine, in den Raum. Meinst du? Es war eine Mutmaßung. Jetzt versuche ich, diese... ...Information zu verifizieren. Oh nein, oh nein. Erz. Ich brauche dafür auch einfach eine stärkere... ...stärkere Hacke halt, ne? Oh, das hasse ich so. Wenn es grün wird, kommen so viele. Okay, da steht nur, wo man sie findet. Ja, wahrscheinlich muss ich die ganz normal mit der Spitzhacke abbauen. Und das funktioniert nicht. Und das wäre ärgerlich, wenn das wieder wegen dem Patch... ...oder an dem Patch liegen würde. Ja. Also hier steht beim Zerschlagen von Eisenansammlung. Ja, aber womit zerschlage ich die? Weil alles andere kann ich ja auch zerkloppen. Mit der Spitzhacke. Lassen sich mit der Spitzhacke zerschlagen. Ja, wie du siehst, nicht. Ja. Mal in einen zweiten. Oh, Gamona ist so scheiße, dass man immer so eine Kack-Umfrage machen muss, ne? Inwieweit ist eigentlich das Fluchen hier in diesem Video erlaubt? Extrem. Hallo, du redest mit mir. Okay. Es kann sein, dass du auch auf dem Mädcheninternat live mitläufst. Nein, nein, nein. Das passiert mir nicht. Also... Vielleicht kannst du auch einfach mal googeln. Eisenerz lässt sich nicht abbauen oder so. Vielleicht ist das ja... ...ein Problem, was es schon gab. Ich möchte jetzt nicht schon wieder von vorne anfangen. Das wäre super ärgerlich. Ähm... Ah, hier, die brauche ich nicht. Die können weg. Weil... Hä? Aber da steht Inventory full. Heißt das, ich habe gerade versucht, das aufzuheben? Oh, die Kollisionsabfrage bei diesen Fliegedingern ist voll für den Arsch. Jetzt geht's. Zack, zack, zack. Warte mal, da schmeiße ich nochmal was raus. Was will ich denn nicht mehr haben? Mal hier, die Scheiße. Meinst du, du hast das schon mal abgeschlagen oder was? Alter, ich kann das einfach hochnehmen. Quarz. Gunther kann dir mehr darüber sagen. Ich kann das einfach aufheben. Ich muss das gar nicht zerschlagen. Wahrscheinlich hast du es schon mal. Dann ist das noch was anderes. Dann ist das was anderes. Ja, dann ist das noch was anderes. Das ist Quarz und kein Eisenerz. Richtig, richtig. Das ist Quarz. Und Quarz kann ich einfach rausziehen. Alter. Wendetter, du Trottel. Mal gucken, ob ich Eisenerz hier noch finde irgendwo. Ah, hier geht's tiefer. Pfeffleisch. Kupfer brauche ich ja eh. Alter, wie dumm ich bin, oder? Geht. Ich hätte das nur aufheben müssen. Quarz, da hat er schon was für eine Bombe. Und was liegt da noch? Oh, ich muss ein paar Sachen wegschmeißen, aber das fällt mir immer so schwer. Und dann nicht Pay-to-Win-mäßig einfach sein Inventar weitern? Ja, klar. Mit Echtgeld? Nein. Mit der Game Store, oder was? Ich dachte schon. Mit dem hier erwirtschaftet. Hier ist gar nichts mit Echtgeld. Ist auch nur Solo, ne? Ähm, ich hab gelesen, es muss ein Multiplayer-Mod geben. Oh, ein Fleisch. Ja, könntest du ja auch nebenbei mal hergoogeln. Ja, warum nicht? Das ist gerade auch total nice. Einfach sogar mit Co-Moderation. Ist es auch. Und ich sitze hier vor meinem Computer und gucke dir beim Spielen zu, obwohl ich eine Steam-Bibliothek gehabt habe, die aus allen Nähten platzt. Das Problem kenne ich aber. Wo bist du jetzt gerade? Ach, noch nicht viele 92. Ja, da war ich auch mal vor acht Jahren oder so. Ich glaube, ich habe Steam seit 2003. Da wurde es nämlich Pflicht für CS. Okay, dann habe ich es auch seit da. Für CS 1.6, ne? Ja. Wo war das noch Pflicht? 1.6 habe ich noch bespielt und dann Source. Ja, und bei Source war es ja dann, da ging es ja los mit Half-Life 2. Da musstest du es ja installieren. Und da haben ja ganz viele Leute rumgemeckert. Alter, haben die geflampt. Und heutzutage denke ich mir so, boah, ich will ein Spiel gar nicht woanders haben als bei Steam. Ja. Außer, also nur bei Gabe. Nur bei Gabe. Was, Gabe? Also so heißt der Fuzi doch, oder ist er Gale? Äh, ja, der heißt, ich weiß, wer du meinst. Der Typ, der immer den Summer Sale anstartet. Ja. Und da im Jesus-Outfit ist. So, jetzt eaten wir mal ein bisschen was. So, jetzt gucken wir erstmal hier nach. Ne Multiplayer. Ja, ne Multiplayer-Mod für, äh, Stardew. Da hab ich was gelesen, ja. Multiplayer-Release-Date. Also ne Mod gibt's. Und wie läuft das dann? Haben dann zwei Leute hier, weil das ist ja auch Story, ne? Also haben dann zwei Leute einen Bauernhof nebeneinander oder bewirtschaften zwei Leute einen gemeinsam? Okay, ich lese hier gerade. März sollte das jetzt für nächstes Jahr, wurde das. Aus. Announced. Ob es noch einen Workshop gibt, aber ich glaub nicht. Also die Entwickler selber haben für nächstes Jahr angesagt. Echt jetzt? Co-Op-Modus. Direkt von den Entwicklern? Das ist ja mal nice. Kleine Bombe. Ich hab ne kleine Bombe gerade gefunden. Wie geil ist das denn? Ohne, dass ich sie selber bauen muss. Das ist aber praktisch. So, 13. Ich brauch noch einen. Hier, guckst du ja an Quarz. Inventory full. An Quarz nimmt einfach einen Platz ein und da kann ich nichts zupacken. Ah, doch kann ich. Ich muss mal irgendwas wegpacken. Hier, Narzisse weg. Boah, man kann da sogar heiraten, Babys kriegen oder sich auch scheiden. Ja, geil. Das ist ja das, was ich mich im echten Leben nicht traue, weil es so teuer wird. Ja. Deswegen wartest du so wie ich auf die Zombie-Apokalypse, ne? Ja, aber hallo. Da fallen die Preise so hart. Ja, das Ding ist, da wirst du kaum einen Anwalt finden. Ja, das stimmt allerdings. Meine Frau droht mir jedes Mal, damit, wenn ich sie verlasse, sie kennt einen richtig guten Anwalt. Das stimmt dich total optimistisch und glücklich in die Beziehung. Ja. Aber der hat sie auch nicht vor den blauen Flecken bewahrt. Was unterstellst du mir denn hier? Oh nein, 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 es wird spät abends. Ah, ich muss ganz schnell einen Weg runter finden. Bedeutet, wenn es jetzt abends wird, kann man erst das Gelände und Geistern? Ne, dann ist er müde. Oh. Und wenn ich noch bis in Ebene 15 komme, dann speichert er das. Dann muss ich mich nicht wieder durch diese scheiß Ebenen hier kämpfen. Ach so. Weißt du, alle fünf Ebenen werden gespeichert. Und eins meiner Ziele ist es zum Beispiel, auf Ebene 40 zu kommen. Das ist die letzte Ebene? Nö, das ist einfach nur eine Ebene, zu der ich kommen muss. Oh nein, er wird müde. Er wird müde. Oh oh. Bleib locker. Ja, die geilen Kampfanimationen von A Link to a Past hat, ne? Mhm. Oh komm, sei nicht so. Finde die Treppe. Treppe. Oh Gott, hier ist nur so viel. Da oben ist er. Und runter. Jetzt hat er sich gespeichert. Schnell hoch. Ich weiß nicht, wann ich im Bett sein muss. Wann es Stress gibt. Shit. Da war ich zu lange. Zu lange da unten. Weißt du? Oh nein, da schläft er ein. Da schläft er ein. Ah, Stuhl. Ja, genau. Einfach draußen? Was? Ja, der schläft dann einfach ein und irgendwie fehlt mir dann Geld. Das ist total witzig. Siehst du jetzt gleich, wenn ich aufstehe, dann werde ich einen Brief im Briefkasten haben. Habe ich auch. Und eingepennt. Lieber Herr Alex, du wurdest letzte Nacht von einem Mitglied des Yoja-Teams bewusstlos gefunden. Ein Notarzt ist gekommen, um dich sicher nach Hause zu bringen. Wir sind froh, dass es dir gut geht. Die Rechnung geläuft sich auf 1G. Mowers. Yojo-Kundenzufriedenheitsmanager. Naja, gut. Alex, ich möchte dich... Ja, Steam war ein bisschen eher angemacht, ne? Du solltest ja dabei sein. Hm. Hm. So, mal gucken. Die Pam... Deiner Komi. Die Tür ist verschlossen und geöffnet von... Oh, 9 Uhr steht die erst auf. Die Arbeitslose, Arbeitslose. Dann kann ich ja mal einfach in der Zeit... Junge, du bist bewusstlos... Alter, da ist ein Wohnwagen, Mann. Ja, da will ich ja gerade rein. Da ist die Wohnwagenschlampe Pam drinne. Aber du könntest mal gucken, wenn du mir den gefallen tust. Aber eigentlich wollte ich da auf Kommentare warten. Aber ich kann gar nicht auf Kommentare warten. Weil ich so viel dieses Spiel hier suchte. Ähm. Und davon noch nichts online ist. Alter, was ist das denn? Grüne Alge. Die kann man aber essen. Also, Schie. Äh. Hallo? Grüne Alge. Grüne Alge. Grüne Alge. Ah. Gegen was tausche ich das denn? Ah, scheiße. Erdkristall. Gibt nichts. Weg. Ach, komm. Dann spreng ich erstmal oben. Oben die Borkkacke. Ne, nicht die Bork. Hier, die, die, die. Bahnhof. Ja, genau. Diesen Bahnhof, was wir da gesehen haben. Wenn das da, wenn das funktioniert. Stimmt. Ich hab dir das gesagt. Was? Mit dem Aufstrecken? Oder ich habe gemutmaßt. Ja, ich hab das doch auch gemutmaßt, du. Immer einmal mehr. Du mutmaßt nicht alleine. Aber ich war mutmaßlich daran beteiligt. Oh. Oh. Aber das ist geil, ne? Ich upload und hab nur einen Ping von 60. Ja, das geht. Ja, deswegen. Damals im Computerraum von der Schule. Streaming. So, jetzt probieren wir's. Oh. Okay, das war so effektiv wie ein Tampon im Schwulenclub. Hat nichts gebracht. Ist doch schön, dass du mir das verrätst, bevor ich sehen kann, dass die Vorfreude auch weg ist. Ja, aber muss, soll ich, soll ich zehn Sekunden hier sitzen und in die Kamera starren und dann, oh. Oh. Also, wenn man's rein zwischenmenschlich betrachtet, wäre das sehr. Hahaha. Ich könnte mal gucken, ob ich das Delay noch ein bisschen. Freunde anfragen, zuschauen. Oben, Video an der Anwendung. Ton, Anwendung, dies kommt wieder was aufnehmen. Mikrofon aufzeichnen. Upload-Statistik anzeigen. Wo kann ich die denn sehen? Okay. Ah. Ah. Hallo? Ja, jetzt geht's wieder. Oh. Oh. Mit der Upload-Statistik fängt's aber gerade ein bisschen an zu ruckeln bei mir hier. Ah, jetzt nicht mehr. Da seh ich halt 30 FPS, zeig ich dir. Konstant. Und 2367, das ist ganz lustig. Jetzt ist Pam da. So, Pam. Ich hab'n Quarz für dich. Du wolltest einen. Ja. Das ist nicht, nicht so meins. Äh. Jeder Tag ist gleich, wenn ich nur reich geboren wollte. Ja, Pam. Das ist jetzt aber beschissen. Alter, das ist ja voll die Jogginganzug-Troler. Ja, 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 ja. Ah, das war nur der Tag von heute. The monsters known as Shlym are throwing the elemental balance into the... Was? Dissery? I would like an adventure to enter the mines and play six of these creatures. Also ich soll sechs Schleime killen. Das krieg' ich ja wohl noch hin. Ja. So, dann mach' ich das nämlich fix, während ich darauf warte, dass die Gilde öffnet. Ich weiß sonst nicht, wo das Museum sein soll. Das kann doch dann nur noch in der Gilde sein. Das Modius der Zauberer. Hochwertiges Sackgut. Alter. Alter, wirst du müde? Nom, 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 nom. Oh, wenn man... Alter. Wenn man das macht, dann geht man automatisch. Ja. Das ist Teufelskreis. Das ist ja fürchterlich. So, was sag' ich... Oh, das ist, weil wir so sympathisch sind. Ja. Gegenseitig. Wusstest du, dass Psychokiller niemals mit anderen Menschen gehen? Also Gänen. Echt? Ja. Also Leute, die halt wirklich so Serienkiller oder sowas sind, empfinden ja keine Empathie. Und weil sie keine Empathie empfinden, dann... Äh, das ist ja irgendwie ein, ein Spiegelneu... In den Spiegelneuronen ist das ja festgelegt. Wenn wir irgendwo jemanden gehen sehen, dann gehen wir mit. Selbst bei Tieren. So, aber das liegt... Oder ist aufgrund der Empathie, die man für ein Tier oder ein Gegenüber empfindet. Hm. Ein Krebs. Meinst du auf dieser Ebene? Gibt's überhaupt Schleim genug? Ja. Guck, der Krebs hat eine kleine Bombe fallen gelassen. Alter, siehst du das echt so gut, genau? Oh, hier sind... Sieh alles, Mann. Hier sind irgendwelche... Außerdem stand's auf der linken Seite. Gegen die Viecher hab ich noch nicht gekämmt. Alter, wie geil die zerplatzen. Oh, hier, es wird ein Saftkorn. Ich bin schon gespannt. Ah. Sehen eher aus wie... Ja, okay, wie Vorhäute. Es sind Vorhäute. Weiße Vorhäute. Alter, hast du ihm... Er hat richtig kassiert. Was hast du ihm für einen Schlag gegeben? Ach, da werden dann diese komischen Rotten draus. Ja. Oh, das war knapp. Der wollte auch gerade. Wie gesagt, siehst du in 10 Sekunden. Ui, da sind... Ah, hier geht's weiter runter. Wo ist Slimy McSlimson? Stimmt nicht auf der Ebene, du bist schon zu tief. Meinst du? Du bist schon zu nah am Chor. Überhaupt nicht. Doch. Nein, ist gar nicht so. Ein rautenförmiger Erdkristall. Hier lerne, ey. Ob das Spiel jetzt zocken würde. Fight schon. Pahl. Jetzt ist alles grün. Da ist Gift. Du musst da raus. Nein, das ist kein Gift. Das heißt einfach, dass die Viecher kommen. Boah, hätten sie aber mehr Müll geben können. Battlemusik. Achtbit-mäßige. Da hilft es auch nichts rumzulaufen. Da hilft es echt nur stehenbleiben und Button-Smashing. In der Ecke stellen aber. Ne, die können doch, die können doch... Guck mal. Ich stelle mich mal in der Ecke. Ja, stimmt, Mann. Ne, ich sehe gerade. Die sind voll metamäßig unterwegs. Ja, ist... Also, die sind echt scheiße. Halten ganz schön was aus. Ja, die nerven mich auch tierisch. Die irgendwie heilen dann? Ja, muss ich auch gleich mal. Fair for Flash. Machen wir mal. Äh. Oh. Habe ich gar nicht mit. Ich habe einen Krebs. Cool. Kann ich den essen? Nein. Junge, kann dein Schwert auch kaputt gehen? Nö. Ich geschunden aus. Scheiße, dann brauche ich hier jetzt gar nicht mehr. Aber hier kann ich mir noch das Erz mit... Oh, das Erz mitnehmen. Und das... Das spielt sich echt total smooth, ne? Mit... Mit... Mit den Dings hier. Mit einem Xbox... Äh, Xbox-Controller. Meine Güte. Oh. Ich habe noch eine Ebene gefunden. Oh, was ist das? Hier, ein Schleim. 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 What? Oh. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Alter. Nein, man hat übelst viel ausgehalten Ich kotze hier gleich so ab Alter Ich habe gerade gesehen, wie du in diese fünf komischen Vorhautmückenlarven da rein gecrashed bist Ich finde, das ist auch deren akkurater Name Vorhautmückenlarven Vorhautmückenlarven Oh scheiße, die verwandeln sich auch schon Da ist aber noch ein Schleim Oh Gott Hier taucht doch gerade noch ein Diktar auf Wenn die sich transformiert, ne? Panic, panic Echt, da sind ja wirklich Diktars Ja Alter Ja, und da ist da rausgekommen Ei Eine Albe und Ei Ja, irgendwie sowas Kannst du selber auf Lampen setzen? Ja, kann ich Langsam wird es echt eng Ja, Mann, du hast Ich muss raus Ich brauche noch Energie und Leben Ja, macht keinen Sinn, was ich hier abziehe Inventory is full Kann ich irgendwas rausschmeißen, was scheiße ist? Ich schmeiße die Pflanzenfaser raus, oder? Jo, jetzt aber richtig eng, Alter Scheiß drauf Hoch da Mine verlassen So, bevor ich wieder abkacke Und ich mal wieder nicht zur Gilde komme Und ich will ja endlich Gunther finden Gehe ich direkt hier hin Das ist doch nur Schuhe, ne? Ja Jill, wach auf, wir haben Besuch Das ist aber nicht Gunther Ach, guck mal, hier kann ich Ein Hulschschwert kaufen Ein Eisendurch Sportschuhe Verteidigung Plus 500 Unnettistenring Okay, also hier kriege ich sowas Was ist denn mit dem hier? Come back when you've got something to show back Na toll So viel dazu Aber da hinten hängt noch irgendwas Witziges Was haben wir denn da? Monster Auslöschungsziele Hilfe uns das Teil sicher zu machen 25 von 1000 Slimes habe ich gekillt Öl in 56.000 Das ist aber cool, dass man hier so eine Statistik hat Ja Climb your rewards Ähm Tja Also ich könnte höchstens probieren Ich habe ja den Schleim von diesen Von diesen Monstern Dass es dem, dem, ähm Ähm Dem, 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 dem Zauberer reicht Ich muss nur mal gucken, wie lange der auf hat Ähm Dass ich ihm einfach den Schleim vorbeibringe Traum des Zauberers hat auf Nur denn Das ist schon hart Das muss man sich dann aber schon arg eintimen, ne? Ja, guck mal Die Zeit läuft echt schon wieder voll weg Kann ich nichts gegen machen 7 Uhr Also du kannst immer am Tag eigentlich nur eine Sache machen Ich musste jetzt nicht großartig was bewirtschaften Weil ja, äh, weil es regnet Mein Vorteil Oh, jetzt gerade wird es wieder ein bisschen laggy Ähm Ich habe hier zum Beispiel Auf meinem Gebäude Äh, auf meiner Farm hier noch so Tote Gebäude Die irgendwie mal wohl weggebrannt sind Ach scheiße Hier komme ich nicht durch Ja, da sehe ich's Wie im hohen Gras irgendwas passieren? Ähm Eigentlich nicht Schön die Baumsprösslinge So, wo geht's hier runter? Wo geht's hier raus? Oh, guck mal Es wird echt schon wieder so knapp mit der verfickten Zeit Boah, hier hinten Wenn hier draußen keine, ähm Oh, was ist das denn? Slimes oder dergleich Spawn Nö Die ich jetzt noch verletzen können Also das ist nur in der Mine Ja, das ist nur in der Mine Diesen Wagen hier gab's vorher nicht Da ist der Turm des Zauberers Nö, da ist ein korrektes Schwein vorne dran Ja, das gehört aber auch dazu So ein Zauberschwein Der Zauberer ist glaube ich auch nicht übersetzt Ah doch Die Leute aus dem Dorf haben Angst vor mir Das ist ja schön für dich Ah, nicht wegschmeißen Ah Schade, aber ich vermute Menschen haben immer Angst vor dem Unbekannten Dies, ich schätze Ich werde es in die Flammen werfen Und sehen, was passiert Du hast schon ein Geschenk gegeben Toll Wie erfülle ich denn dann diese scheiß Jobs Ah Mann Das kotzt mich ja schon wieder an Das nicht zu wissen Oh Wie gesagt Ich hab das heute erst angefangen Das Spiel Und oh Du hast den Job doch wahrscheinlich abgeschlossen Guck mal Du hast jetzt ein Ausrufezeichen Unter deinem Gold The monsters known as slime Blablabla Hier, drei grüne Slimes Hab zwei Tage für Zeit Siehste Dann erfülle ich das erst Hätte ich auch gleich mal hingucken dürfen Danke Ich bin so blöd Zu dem Ausrufezeichen Ja Ähm Aber ihr Hast du das die ganzen Tage schon gesehen? Nö Das ist Ich hab diese Jobs noch nie großartig angenommen Ah 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 Da muss ich erst Ah Aber ich kann mal diese Schleims Ich weiß nicht wofür die sind Ich verkaufe die einfach mal Ja Mit kräftigen Scheren Den verkaufe ich auch mal Die Bombe Ne behalte ich nochmal Pflanzenfasern verkaufe ich jetzt Und Steine verkaufe ich jetzt So Damit ich wenigstens ein bisschen Geld gleich habe So Und ab in die Falle So meine lieben Freunde Für euch Also die YouTuber Der Chris ist ja noch hier Äh Ne Live erstmal mit dabei Weil für euch endet dieser Part jetzt hier Ihr dürft nur noch sehen wie viel Kohle ich mache Ein Krebs bringt 100 Oh die Steine 700 Insgesamt 800 Jill verdient Immerhin etwas Also ich denke mal es heißt Jill Ich weiß es nicht ne Immer wenn G in so einem Spiel damals war Oder es heißt Groschen Oder Gold Es ist Gold Austin Powers Vater In diesem Sinne meine Freunde Danke fürs Zusehen Haut rein Und bis denne Ciao ciao Tschüss Du darfst auch Genau